Mein Papi sagt immer, ohne Risiko keine Erfolge. Gut, dass ich bald ins Business einsteigen kann, das kann ja nicht so schwer sein. Mit einer Krawatte wirkt man gerade viel älter. Einfach ganz tief reden. Und mit einem schönen Filmen alles unterschreiben. Dann gebe ich meinem Papi ein paar Tipps, weil er im Moment ganz viele Pläne hat.